... über drei Minuten zurückgetreten ist. Also, er hat gewusst, dass wir 11 Uhr 11 hier zusammen sind, hat gesagt, dann mache ich es vorher, damit ich die Veranstaltung nicht störe. Das ist natürlich ein Einschnitt, das verhebe ich überhaupt nicht, weil innerhalb von zwei Jahren zweimal den Rücktritt eines Bundespräsidenten, das kann sich auch der beste Büttenredner wahrscheinlich kaum ausdenken, weil das bisher unvorstellbar war. Es hat jetzt stattgefunden. Ich glaube, trotz alledem werden wir uns die schönste Jahreszeit gemeinsam hier nicht vermiesen lassen, sondern das Leben geht immer weiter und Karneval hat alles Mögliche schon überlebt und dann wird es auch dieses Ereignis mit Sicherheit überleben.